Abschluss Nummer 5. Ausnahmsweise mal ein Ziel, was so geblieben ist, wie ich es kannte. Einstehendes Rehkitz, würde ich sagen. Wir starten beim roten Flock, gehen über den blauen Flock, über den weißen Flock und den Kälbenflock und haben hier unser Bambi mit dem liebevoll rekonstruierten Tannenzweiggeweih stehen. Was wir jetzt beschließen. Das war's. Bis zum nächsten Mal.